Hallo Leute! Willkommen zum 20. Türchen des Minecraft PVP Adventskalenders! Ähm, wieder sind Tobias und Torben dabei! Hello! Guys! Ich bin ein Human! Wo seid ihr? Nein Tobe! Nein Tobe, Spaß! Nein, man konnte keine Auswirkungen. Wohl die gleiche dicke Scherui. wohin gehen wir kommen wir kommen jetzt mal kommen hier war da ich sehe die stadt wir müssen sagen wer anführt und so kommt mit verlieren wir einmal wir müssen wo ist die kirche es ist eine andere ja natürlich ist es eine andere jawohl sollte wissen ja weil du das direkt am sand ist ja da habe ich eben nicht drauf gehabt ja tötet ihn tötet ihn ab ist der kurs für ihn danke zog ist noch einer willst du ab weiter wie wird es mit ihr los ich weiß nicht wo ich hin will jetzt kommt mit hier sind richtig viele drin leute wo ihn seite jetzt schon wieder ja vor das haus bleib doch weil ja ich hab doch gesagt kommt nicht doch nur sie haben war keine ahnung wo du ihn willst so jetzt kommt ja stopp wer führt jetzt an ich bleib mal locker toby schimmer ein bisschen ja dann kommt dann brauchst du aber auch einen plan was denn lang geht wir können nicht einfach so rum äh du hast ja auch kein plan ja da standen wir gerade vor ja du bist ja auch wenn hier ein vampir reinkommt ja weil du ja gesagt hat nichts ich kann so ein holz wird mit feier aspekt holen ja habe ich mir auch geholt aber ich war lieber auch ich war dann lieber noch weiter auf das lavasort weil das hat verbrennung einzeln ist ein stein schwer oder am eisenschwert bekommen haben wir uns zugeworfen ist natürlich hat einer voller eisenrüstung wie so und ein vergangenes verzauertes tier schwer ist irgendwo einer ist ja egal hinter dir du idiot leute ihr müsst aufpassen sieht man die namen von denen ach so nein wir nicht doch doch ich sehe den damit habe ich nicht gerechnet da ist er da ist er im fenster hier ich habe ihm gegeben ja wir können gerade noch einen anderen ok nicht so weit rauslocken lassen wieder zurückflogen ich gebe ihm man kann gar nicht sprinten wo bist du denn ey was schlägt er mich mit seiner komischen ey Tobi du schüppst den ja das ist ein scharfen ist 1 sonst kannst du nicht schlagen als 2 äh der hat mich nicht der hat mir ein halbes leben mit dem scheiß ding abgezogen ja auch nicht das ist ja das Problem wenn du ein Vampire bist und wenn dein ganzes Team AFK ist los oh oh geht lieber nicht nach draußen ich bin so viel tot hier ist auch ein Vampir oh yo ach du scheiße ach man sieht die ja was ist das du alter komm wir sperren den aus los ihr kommt einfach wieder rein Moiterei hm Tobi komm rein mach die Chizu Lassi hat draußen alle sterben so ich könnte mir theoretisch jetzt ah ne den Plasma cutter kann ich mir noch nicht kaufen Plasma cutter ich würde am liebsten es zu holen gerade hatten wir das Hardened Steel ne ich hole mehr Iron Kid gleich Hardened Plasma cutter guckt ihr den und zieht den rein oder natürlich das God Sword aha und dann noch hier den man halt hier haben wir das ich bin ein bisschen draußen gegangen ja God Potion Regeneration und Heal da so ist er am Tisch im Haus woher ihr hier ist irgendwas hier ist ein Vapier glaub ich ne Zombie ne war ein Zombie ok ok ich könnte mir jetzt dieses Verbrennungsschwert holen mehr aber auch nicht ach du wir haben ein Eisenschwert oh Zombie ne Vapier ne Vapier 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 ja kein Problem Flo ja da war ne Zombie meinte ich bin auf 200 oh shit hier ist ein Zombie mit einem Eisenschwert das ist viel größer warum macht keiner die Tür zu allzu allzu äh kann die mir sprechen Alter wie dumm sind die Leute ich mach die Tür zu wenn du da bist ja ich hab Tür zu gemacht eine kann nichts machen ja ja beide zu ich hab zwei Herzen ok der macht die erstmal auf Alter können Vampire die nicht aufmachen doch können die aber die Zombies nicht Flo ach so ein bisschen das viel größere Problem als Vampire ja da hinten ist ein Vampir in unserem Fenster jetzt am seitlichen Fenster an welchen äh am hinteren wieder ach da am seitlichen und am hinteren der wechselt soll ich probieren den zu killen nein 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 mach safe ich hab ein Vapier gekillt oh sehr gut sehr gut wenn wir hier drin ah ne alles gut alles gut ich hab 71 Gold ich spar weiter ne ja ja ich hab 39 das war hier und der macht 2 der hat sich damit gemacht die Tür zu machen ja hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn kommen wir ihn kommen wir ihn und da um jetzt wieder über ich habe mich leicht verändert ok Vampire an der Tür und Zombies ganz viel Zombies hier ist der der Vampir ist drin aber dem dem gebe ich schon wieder und der ist dauernd ah fuck ich bin drei herzen also was gehts hier zurück wieso macht denn keiner die Tür zu ey Alter der Zombie mit dem Eisensschwerter ey nein nein alter Vampire haben ja nichts ey ja ach Lappen ey jetzt kommen die Vampire rein nein ich bin down du bist ja auch noch gut ja ihr müsst euch Rüstung kaufen das doof ist ich hab keinen Plan ja ich hätte mir einfach ein bisschen schwert und so wie du bin ich denn ich hatte ein Eisensschwert aber da hat keiner die Tür zu machen Flo komm wir treffen uns dann aber fallen wir die Meute ich hab keinen Plan wo die sind weißt du jetzt ist das auf einmal die auch ich seh dich ich glaub ich seh dich ich glaub ich seh dich obwohl doch ich hab's ne ich hab's doch ja einfach der Kludel mit den ganzen Namen Spawn Vampire die Zombie Meute ich hab's da auch nein die Spawn automatisch mein Ernst du ist du kannst mich nicht besiegen Aua ich wollte einfach ins Haus rennen ey Tobi wie hast du die volle Rüstung bekommen Tobi Scheiß Zombies Alter die Zombies ne die sind übelst nervig du bist einfach null Chance so warte guck mal was was können wir uns holen wir können uns ich weiß zum Glück jetzt wir können uns zum Baby Zombie holen nein ich weiß was man sich holen muss damit man so richtig OP ist hat er steck ich euch nicht gleich nehmen wir übrigens in einer Runde alle Wampi hier direkt von Anfang an auch ins Ordnung in den Ruden dort also wir machen dafür eine zweite Runde Alter du brauchst einfach nur den Zombies hinterher rennen Junge ach vielleicht hat Tobi die von einem aufgesammelt was denn die Rüstung ah ja nein die habe ich mir gekauft die habe ich mir gekauft die habe ich mir aber trotzdem gekauft Torben ist das wenn man diesen Helm kauft dass das eine Komplette Rüstung ist weil ja einfach zu blöd hat und euch nichts gekauft hat ja da kann man doch nur Helme kaufen ist das neu komplette nein das ist eine komplette Rüstung ach so alter hä ja da steht ja nichts von kompletter Rüstung doch nein doch wenn du da drüber gehst dann siehst du alles was dazu gehört bei mir steht da immer Schutze 1 und mehr achtlich nicht drauf hä, weiß jetzt aber wir haben gewonnen ok leute ok leute ok leute ok leute wie lange ging die jetzt ich würde sagen eine Sunde oder zwei Wunder als Vampire ne, zwei okay dann sehen wir uns gleich wieder tschüss tschüss so da sind wir auch wieder wir haben jetzt alle versucht Vampir zu werden mal gucken wer es klappt bei wem es klappt oooohh 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 oooohhh oooohh 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 wie ich leere wert hat der mensch bekommen und warum wahrscheinlich hat eine leute oder soll mal probieren alle vampire zu nehmen nein glaube ich besser doch weil das kriegen wir eh nicht in dem survivor doch was schon kriegen nein der flug war jetzt hätte ich nehmen der flug war ja auch schon vampire ich habe euch verloren oft ist viel zu verzweigt idiot ich habe euch wieder wir haben wir schon zu bekommen ja dann bleibt doch hier drin bin ich ja immer hier kommen zu machen ach das ist ein haus wo wir drin sind ne wo wir drin waren ach so hier steht er wirklich soll wollen wir reinkommen gott ist hier reingehen wo wo mir rein ziemlich eng wenn ihr einmal mit zombie meute drin ist Tür zu äh nein aber ach so doch du hast es für 100 gekauft na Tobi ja 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 ok ja die coins hätte ich glaube ich dachte hast du die wederrüstung oder nein eisen ah jo hier ein eier und ein eier und ein eier und ja ja eieren eieren full eisen ne full eisen oder wollen wir ein bisschen draußen auf die jagd gehen jetzt wo noch alle so schlecht sind wir sind auch schlecht ich weiß nicht wir können versuchen ein paar zombies zu sehen ja ok dann komme ich mit warte floh kommentin ja ja warte ich hole mir eben eine bessere mach ich ah tot ne vampire tot was ja der hat mich gefokust ins ich bin auch tot ich bin auch tot ich auch ich bin jetzt über dir über dir guck mal die hellse welt unendlich wenn man will er bis zum nächsten tot da ist ein survivor ja den holen wir uns alter gibt er mir ich habe in einem anderen survivor getötet oder ist es jetzt noch einer tobe direkt in der nähe dann du musst aus der Wampirform aus so wie aus der Wampir der Turben ach kann ich gar keinen Schaden machen in der Bettform nein das schmeckt man doch ihr woher soll ich äh ne an Land hat es gehört da bin ich gerade einfach so weit gesungen dass ich auf dem Boden stand ich wusste nicht dass ich dabei rausgehe und am Wasser wollte ich jetzt gerade versuchen rauszugehen ach man hat die unendlich und da bist du denn ohne Mist hör mir dazu ich dachte so weit zum nächsten mal da rausgegangen ist ne bis zum nächsten tot ist doch mal hier keine ahnung alter ich habe ihn ja wo wir die ganze meute da drauf gegangen ist das finde ich ja lustig hier ist ja voll geil wie viele survivor leben noch einer die runde ist wieder voll low super strange for 15 seconds instant jumpers until death dumme Vampirik Leap ich habe mir Let Me In geholt und Heels Booth dead gar nichts äh wo ist der und ach ok gut es war ja 4 minuten genau genau ja das war es dann auch schon wieder mit dem ähm 20 ähm richtig ja noch 4 tage bis Weihnachten noch 4 tage bis Weihnachten Leute ich hoffe es war für euch mit dem Adventskind eine schöne Zeit wenn ich das äh äh Tom mal ja ich weiß ich wollte nur schon mal sagen also wenn es euch gefallen hat schreibt es einfach mal in die Kommentare so alles ich fand es auf jeden Fall ziemlich cool und jetzt geht es ja noch weiter 4 tage deswegen könnt ihr euch noch auf die nächsten vier tage freuen heiligabend wird natürlich was besonders geiles rauskommen aber da verrate ich jetzt schon nichts mehr und dann würde ich sagen macht Flori jetzt noch die Abmoderation frohe Weihnachten euch tschüss oh nein krass die Leute ne genau auch von mir frohe Weihnachten und äh dann das übliche und äh ja tschüss bis zum nächsten Video so auf die gleich die 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 nicht die nicht nein die